Ihr wollt eine einfache, klassische Kaffeemaschine ohne viel Klimm-Bim? Ja, dann ist vielleicht die KA 9308 von Severin etwas für euch. Willkommen bei eTrudo. Das ist die Severin Kaffeemaschine 9308 und auch eine gute Kaffeemaschine durchaus auch fürs Büro. Denn wir kriegen hier zwei Thermobehälter mit bei, mit jeweils einem Liter Fassungsvermögen. Und sonst, ja, eine ganz klassische Kaffeemaschine. Praktisch ist, wir haben hier links und rechts jeweils die Wasserstandsanzeige, können also, egal wie die Kaffeemaschine, wo die steht, haben wir da einen leichten Blick drauf. Das Gute ist, wir kommen ja auch leicht zu, das heißt, wir stoßen nirgendwo dran, das finde ich immer wichtig, wenn man das Wasser einfüllt. Wir haben den schwenkbaren Filter, der schlackt auch richtig schön fest ein. Wir kriegen den sehr leicht raus zum Reinigen, das ist ja immer wichtig, finde ich. Und wenn ihr zu macht, am besten die Thermoskanne einmal raus, na, hört ihr, dann ist die auch richtig zu. Weil, wenn ich die jetzt wieder ein bisschen nur so leicht einraste, dann ist die locker drin. Das heißt, die Kaffeemaschine ein bisschen fester drücken alles hier. Die Thermoskanne hat jeweils ein Fassungsvermögen, wie gesagt, von einem Liter. Hält auch das Getränk soweit sehr gut warm. Wichtig ist, hier sind zwei Dreiecke, einmal auf dem Deckel, einmal am Gehäuse. Wenn ihr den Kaffee zubereitet, dann passt bitte auf, dass die Dreiecke zueinander zeigen. Ihr habt wirklich darauf achten, richtig zudrehen. Wenn ihr Kaffee haben wollt, dann eine halbe Umdrehung mit dem Dreieck vom Deckel zum Ausgießer und schon kommt das Getränk raus, ohne dass der Deckel rausfällt. Ihr müsst auch nirgendwo drücken, einfach drehen kurz. Und was wichtig ist, die Kaffeemaschine schaltet sich hier auch nach einer Weile ab, um Strom zu sparen. Also, wenn man die mal vergisst auszuschalten, macht die das dann auch nach einer Zeit von alleine. Ihr bekommt hier also eine ganz klassische Kaffeemaschine. Kein Kaffeevollautomat, so wie man es schon immer kannte. Und natürlich der Crew, wie gesagt, hier direkt zwei Thermoskanne bei. Dann können wir ein bisschen mehr produzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal. Und wenn ihr euch vielleicht mal andere Kaffeemaschinen oder auch diese angucken wollt, könnt ihr das auch gerne bei uns hier vor Ort. In Bocholt bei Etrudo bei uns im Story.